Ich geh hier Hä, können wir denn nicht hoch? Oh, bin ich behindert. Das hab ich gar nicht gesehen. Hä? Ja. Oh, Junge, willst du mich verarschen? Junge, hier kann man nicht hoch, weil der Autobahn... Bin ich jetzt richtig am Arsch gerade? Oh, Junge, leck mir aber die Arsch, Alter. Hä, okay, hab ich ne Freischaltung, Dings. Nein, nein. Oh, hier ist schöne Autopfer... Oh, ich glaube nicht mehr eben doch so. Oh, wie ist die? Hey, komm her. Ich bin hier Scheiße, jetzt habe ich mich verraten Ach, ich bin hier Boah, ich habe den Kopf getroffen Keine Nachfahren Kopfschuss Mann, wieso treffst du mich? Hey, nicht da lang In die Beine geschossen Geile Scheiße, komm, wir rennen jetzt ein Schnell Mach doch nicht die Brechtüte auf, Alter Ist abgeschlossen So Nels, nimm die Hände hoch Oben lassen Mendoza, stimmt's? Schnauze Ich habe es dort als Deal Du hast kaputte Freunde, Mendoza Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar Scheiße Ich rufe uns einen Heli Der Kerl kommt nicht weit So ein Dreckskerl Will mich verarschen hier So eine Scheiße hier Und nicht mal Nicht mal ein Dankeschön höre ich hier Oh, es geht hier weiter Es gibt nicht viele Fenster Also sollten wir Rauch einsetzen Ein Dreierteam geht rein Ein Team bleibt hier draußen Scharfschützen Da Und da Oh, Stoddart hat hier wohl alles unter Kontrolle Scheiß drauf Wir waren zuerst Link Probier doch mal, ob abgeschlossen ist Hitzkopf War doch gar nicht zu still Wir gehen rein Die Scheiß machen hier Vielleicht können uns deine Leute helfen Hier drüben Was ist das? Halt ihn ab, voruhr dich Mendoza Scannen das Ah, ich habe alles gescannt Das ist doch Es ist okay Kai, was zum Teufel soll das? Oha, oh Yo, 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 yo Wie viel Treffer kriege ich hier Warte mal Machen wir hier eine andere Waffe Hier gar keine Waffe Was ist das? Ist das eine Ah, eine Schriftflinte Will ich nicht haben So, hier So, haben wir hier die P90 Die P90 ist auch Naja, geht für die Maschinenwaffe Spiel Wir haben hier aber bei anderen Spielen Schon okay ist das Moiterei, ne? Es ist okay Kai, was zum Teufel soll das? Das ist unser Fall, voller Weg, weg, weg Oh, mich am Arsch Guck mal, ich treff den Mann, Wichser Hier Boah, jetzt habe ich den noch getrunken Mann, treff ich den nicht? Leiche Etage sauber Keine Ich hoffe, du weißt, was du tust, Moldoza Ja Ich bin Moldoza Ah, genau Wie heißt die Moldoza? Ähm Die P90 Achtung, Verstärkung ist unser Weg Wir markieren das mal hier ein bisschen Boah, Leute Lockerbleiben, lockerbleiben Ich kann das auch spielen hier Oh, scheiße Jetzt muss ich im Nachladen, alle Mann, ich Diese scheiße gerade hier beim Nachladen Beim Schroffeln Boah, jetzt hier Häh Triffst du die nicht Hallo Triffst du die nicht Guck mal, die trifft man nicht Stieb doch doch Mann Lass mich doch Was haben wir hier? Oh, ne Schroffeln Leute, warum habt ihr immer die gleiche Schroffeln? Soll die ich auch? Ah, kein Hey, wie so Ich hab ne Pistole Und Nen Links Gai, hast du was gefunden? Ja Stirb doch Ey, kein Buckmer Wir bestellen das Gebiet Wir sind gleich bereit zum Zugriff Jo Hier kein Ladenscreen An der Eingangstür in Position Was ist das denn? Nicht, nicht, nicht Nicht, nichts Alles bereit Wir können anklopfen Hä Okay, okay, okay Das hat mich jetzt gerade aufgeregt Warum Warum, meine Freunde Warum Habe ich hier keine Maschinengewehr oder was? Wir nehmen mal die Das kann Das kann Das macht mich hier vergagert gerade Warum, warum Warum Ich nehme jetzt die Mache die Und mache die Und Mache die Dann reicht es mir Das kotzt mich an Mann Ich treffe die Und dann treffe ich die Und dann treffe ich die Und die treffen mich Kann aber nicht sein Wenn die mich nicht töten Äh, treffen Was haben wir denn? Hui, die ist Nichts, Alter Oh, die war wussend Oh, die war wussend Oh, die war wussend Oh, ich muss die hier erstmal nachladen Alter, Eingangsbirge Und dann ist ja Ausfälle Alter, Mann Alter, Mann Wir können einschlappen Alter Knäffer Da ist noch einer Zugriff auf Verlächtiger Die 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 Ja, habt ihr Habt ihr Ja, Duja Ba Oder so Scheiße Ich scanne was Duja Ba Hier ist Was Ganz Geiles Was Das Was Das Das Was 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 Ach, Du Scheiße Verdammt, was sollte das Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza Was wollte sich ergeben Lass mal, Partner Für mich sah das gefährlich aus Klar Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte Vergiss Scheiße Nein, ich bin neugierig Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen Hör auf, deine Partnerin Ist ein schlaues Mädchen Hier Bevor die Spurensicherung kommt Ich glaub's nicht Für dich, Nick Hast einen echt guten Job gemacht Schlaues Mädchen Ich hab's verstanden So viel Geld Und Schluss Schmeiß Ja Episode 3 Hat man Schön Gemacht Ach, ich hab Auch Einen Killed Deal war für Deal Ja Das ist Sehr, 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 sehr gut Hör mal weiter Nächstes Mal bei Hardline Du vertraust das, oder? Deine Partnerin steckt in der Klemme Wir müssen ihr helfen Nimm die scheiß Waffe runter Die Waffe muss man hoch Und runter machen Das ist Eine Schöne Antwort Aber das sehen wir ja in der nächsten Folge Von Battlefield Hardline Ja Wir sehen uns in der nächsten Folge von Battlefield Hardline Ich sag